Jetzt geh mal in die Hocke. So. Jetzt zeigst du dir dein Leckerchen. Jetzt zeigst du dir das. Genau. Was war das? Ich wollte Platz machen. Du wolltest nicht sprechen. Ah ja, das ist ja wieder gesagt. Ja, ich hab's auch gehört. Leckerchen in die Hand und mach deinen Hund nicht busig. Ich hab's auch gehört. Das ist ja wieder. Das ist doch sheilig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020